Ist oder wird das Land der untergehenden Sonne vielleicht das Land der steigenden Aktien? Die Rede ist von Japan und darüber rede ich jetzt mit dem Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank mit Hubert Alva. Schönen guten Tag, Herr Alva. Ich grüße Sie, Herr Kerscher. Schön, wieder bei Ihnen zu sein. Herr Alva, eigentlich jetzt auch ein schönes Thema, denn wenn wir uns zum Beispiel den japanischen Aktienmarkt angucken, so kann man dann doch sehen, zumindest seit Mai, aber insgesamt auch, das läuft gar nicht so schlecht im Land der untergehenden Sonne. Richtig, wir haben uns daran gewöhnt, dass Japan, der japanische Aktienmarkt, ja eigentlich gar nicht mehr interessant ist. Wie oft haben wir versucht, da mal einzusteigen, da wurden wir enttäuscht, aber ich habe den Eindruck, jetzt gibt es so etwas wie den Durchbruch, zumindest längerfristig und interessanterweise auf Eurobasis ist der Nikkei in der Tat besser gelaufen als einer der wesentlichen amerikanischen Leitindizisten der S&P 500. Ja, aber ich finde es deswegen spannend, wenn wir jetzt über Japan sprechen und die Rahmenbedingungen, unter denen sich auch die japanischen Märkte entwickeln, da muss man vor allen Dingen erstmal festhalten, dass Geldpolitik und Fiskalpolitik, ich sage jetzt mal wie Brüderchen und Schwesterchen sind, und in trauter Zweisamkeit voranschreiten. Das ist relativ ungewöhnlich, aber wohl sehr erfolgreich. Ja, das hat mit Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun, könnte man sagen. Das ist, wenn man es in Noten ausdrücken würde, eine 6, eine 6, warum? Weil es keine 7 gibt. Normalerweise müssen ja beide strikt getrennt werden. Ja, die Geldpolitik sollte ja der Fiskalpolitik auf die Finger hauen am Motto, nee, nee, ist Schluss, jetzt haue ich die Zinsen hoch, ist mal Schluss mit der wunderen Schuldenaufnahme. Aber das Land ist in einer so schlimmen Verfassung, ist so überschuldet, hat so große auch binnenwirtschaftliche Probleme, dass diese, wie Sie sagen, Brüderchen und Schwesterchen Thematik da funktionieren muss. Das kommt in der Tat die Sonne in Japan nicht mehr hoch, da geht sie da nicht mehr auf. Aber das hat man jetzt ja geregelt an dem Motto, ihr macht Schulden, wir tragen sie. De facto ist es eins zu eins, also all das, was an Schulden gemacht wird, da ist ja mittlerweile die Geldpolitik, die Bank of Japan gern dabei, die auch zu tragen. Das heißt, das drückt natürlich dramatisch die Zinsen, das heißt, Verschuldung ist attraktiv. Und ich bin mir sicher, wenn man die Inflationsrate auch in Japan ja sauber messen würde, dann verdient man noch Geld damit, weil einfach die Inflation höher als der Zins ist. Schulden, das ist ja ein ganz spannendes Stichwort, auch in Deutschland. Ich meine, hier reden wir über die Schuldenbremse. Deutschland ist, glaube ich, mit 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet, Japan mit 260 Prozent. Also ich meine, die hängen bis über beide Horen in den Schulden. Das scheint aber der Wirtschaftsleistung und der wirtschaftlichen Entwicklung Japans nicht so besonders viel auszumachen. Warum eigentlich? Ja, Japan ist eben ein Sonderfall seit Ende der 80er Jahre. Ja, die Älteren unter uns, die wissen, dass Japan da ja fast bei 40.000 Punkten Nikkei gestanden hat. Dann kann man eine lange, lange, lange durchstricke mit Deflationen und so weiter. Und ich glaube, das Thema ist auch, dass Ausland gewährt Japan diese dramatischen Überschuldungsgrade. Warum? Warum, weil sie genau wissen, wenn die Japaner die Zinsen erhöhen würden, was hieß denn das? Dann gibt es ja auf einmal diesen Repatriierungseffekt, diesen Effekt, dass man das Geld vom Ausland ins Inland zurückholt, weil einfach der Yen dann aufwertet. Die Angst, dass der Yen zu stark wird, da will man natürlich frühzeitig da die Auslandsaktivitäten dann nach Hause bringen. Umgekehrt wissen natürlich auch die ausländischen Investoren, naja, wenn das billige Geld, das man in Japan ja aufnimmt und weltweit investiert, wenn dieser Golfstrom, sag ich mal, wenn der versiegen würde und sogar die andere Richtung läuft, dann hätten ja auch die Auslandsmärkte keinen Spaß, weil würde die auch einbrechen. Also von daher sagt man, ihr Japaner, ihr dürft das gerne machen. Solange ihr uns in Ruhe lasst, lasst eure Geldpolitik weiterhin sehr üppig. Das hilft unseren Märkten im Ausland. Also es ist quasi ein Gentleman Agreement. Es hilft der japanischen Wirtschaft, es hilft aber auch den ausländischen Investoren bei weltweiten Anlagen. Ja, nun ist es ja nicht nur so, dass die Yen-Schwäche der Exportindustrie insgesamt hilft, sondern da gibt es die Sache, einige globale Rahmendaten, die es der Exportindustrie Japans derzeit leicht macht. Also Stichwort Abhängigkeit von China. Ja, genau. Also wenn wir in Asien denken, dann denken wir nicht jetzt ad hoc immer nur an China. Mittlerweile guckt man auch hier auf die Anrainerstaaten und Japan ist auch ein Anrainerstaat. Japan ist kein Entwicklungsland, das wissen wir auch, aber die Japaner wissen natürlich, die Tendenz vieler ausländischen Investoren, angeheizt von ihren nationalen Politiken, nicht mehr jeden Cent, jeden Euro, jeden Dollar in China zu investieren, sondern um die Abhängigkeit kleiner zu machen, auch woanders zu investieren. Da ist man dann auf Japan gekommen, eben auch, weil Japan natürlich auch durchaus, ja gerade eben im Hightech-Bereich durchaus sehr gewisse positive Dinge verspricht. Und wenn man sagt, naja, wenn wir Japan haben, das sind wir immer noch in Asien, das hilft auch der japanischen Wirtschaft und Japan ist ja auch in jedem japanischen Freihandelsabkommen mit dabei. Also Japan ist in der Tat auch geopolitisch wieder interessant. Nach dem Motto, wenn zwei sie streiten, USA und China, da freut sich der Dritte in dem Fall, das ist die Japaner. Ich gönne es ihnen ja, sie haben ja eine überalterte Bevölkerung, sie haben ja wirklich, dann geht es ja wirklich schlecht, aber da kommt dann wieder etwas Fantasie in Japan rein. Man kann sich quasi ein Dankesschreiben von Tokio nach Peking schreiben und sagen, Dankeschön, dass wir hier jetzt quasi der lachende Dritte sind. Ja, aber wenn wir uns die japanischen Unternehmen mal angucken, auch insbesondere im Vergleich zu den US-Unternehmen, dann sind die ja eigentlich noch relativ günstig und unterbewertet. Welche Branche, welche Bereiche sind denn da eigentlich derzeit besonders spannend? Wenn wir in Japan denken, denken wir an die Hightech-Branche. Das können die ja auch, ja. Ich meine, ich erinnere mich ja, ich bin ja schon älterer Knochen, ich werde im Dezember 60. Das wissen Sie, ich muss Ihnen ja auch Gelegenheit geben, mir über die Rübe zu ziehen. Aber da hat man schon immer, habe ich mir schon gemerkt, im Hightech-Branche können die ja durchaus auch etwas, ja. Und das ist durch nach wie vor etwas, was sie auch heute noch können. Also man sollte nicht nur auf amerikanische und chinesische Hightech-Branche achten, die können als eben auch was. Klar, die Amerikaner sind toll, das ist auch wahrscheinlich führend, aber sie können eben auch was. Und da würde ich einen ganz starken Schwerpunkt draufsetzen, weil sie natürlich jetzt auch von ihren Kapazitäten aufgebaut werden. Und wenn man ja mehr investiert in Japan, dann hat man ja auch diese Skaleneffekte. Das heißt, das wird hier auch der Effekt der, wie heißt es, der Potenzialgewinnung und der Effizienzsteigung der Produktion nochmal verbessern. Halber, was würden Sie den Privatanlegerinnen und Privatanlegern mitgeben, wenn Sie damit liebäugeln, sich den japanischen Aktienmarkt etwas genauer anzuschauen? Ich sage zunächst mal, Japan ist der Aktienmarkt, wo man sagt, oh, da gehe ich heute rein und morgen bin ich reich. Das ist eine längerfristige Geschichte. Aber ich finde gerade, wenn man eben auch, ja, man ist ja Euro meintet, Euro hat den Euro bezogen, den US-Dollar bezogen, weil man die Märkte ja am besten kennt, die ist da jenseits des Atlantiks. Aber ich würde eben auch Richtung Asien gucken, da aber nicht nur immer so China sehen, sondern Japan. Ist das nicht auch etwas? Ich glaube, längerfristig haben wir da durchaus noch Spaß dran. Also das ist eine Depotbeimischung. Eine Sache noch zum Yen, es wird vielleicht einmal kommen, ja, wenn der Yen aber so schwach ist, dann verliert man ja auch die Währungsseite. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres in Amerika die Zinssäkungsfantasie bekommen. Das heißt, im Vergleich Japan-Amerika wird eben der Yen dann nicht mehr so stark abwerten. Das geht auch dann für Yen zum Euro. Also muss man das Thema nicht mehr so hochkochen. Aber eine Depotbeimischung, um in Japan mit dabei zu sein und dann zu wissen, wenn ich in Japan mit dabei bin, bin ich ja über die Freihandsabkommen insgesamt auch in Asien mit dabei. Denn das muss man immer wieder der Konkurrenz in China sagen. Das ist eine Blackbox. Das ist teilweise, wir wissen gar nicht, was da passiert. Man kann nur erahnen, was passiert. Und ich sage noch etwas, wenn man durch zumindest dann, was die Jugendarbeitslosigkeit ist, die angeht in China, die ja oben ist, da gibt man gar keine Daten mehr raus. Das ist in Japan anders. Da gibt es mehr Informationen. Es ist auch nicht so, dass sie alles preisgeben. Aber von gleich ist Japan sozusagen. Hier FKK wird dann in China, die Strände reingeflossen sind wie vor 100 Jahren. Japan ist FKK. Das werde ich mir merken, Herr Halver. Mit Robert Halver, dem Leiter Kapitalmarktanalyse, habe ich gesprochen über den japanischen Aktienmarkt, das Land der aufsteigenden Aktienkurse. So haben wir es genannt. Und wir wissen jetzt auch, Robert Halver ist 59 und wird bald 60. Wir werden uns auch darauf freuen. Lieber Herr Halver, vielen Dank. Jetzt habe ich was gesagt. Es ist Becker, jetzt habe ich was gesagt. Und Sie werden das schamlos auslusten. So kenne ich es. Dafür sind Sie ja auch in der Branche. Genau so werde ich das machen. Vielen Dank, Herr Halver. Alles Gute. Herr Kershaw, alles Gute. Danke auch an Ihnen, liebe Zuschauer. Danke auch an Ihnen, liebe Zuschauer.